Du möchtest den sechsten Bauarbeiter bekommen mit dem Namen Bob. Ja, das zeige ich dir in diesem Video. Kurz und kompakt, wie du das schaffst, wenn es dir gefällt. Lass doch gerne einen Like da, abonnier den Kanal, denn nur ein kleiner Prozentsatz aller Zuschauer ist überhaupt Abonnenten dieses Kanals. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Vergiss auch nicht, den Creator Code MBF einzugeben. Und nun direkt rein, Retro-Intro, let's go! Fantastic! Um Bob zu bekommen, brauchen wir auf jeden Fall Meisterhütte 9 und Rathaus 10. Das kann ich schon mal sagen. Wenn wir Meisterhütte 9 haben, können wir Bobs Zentrale bauen. Wir sehen das jetzt ja hier, die kostet uns 100.000 Bauarbeitergold. Diese Zentrale hat keine Bauzeit und wenn wir sie dann da hinsetzen, dann sehen wir schon, wir müssen vier Aufgaben erfüllen, damit wir insgesamt dieses Gebäude auf den fünften Level bringen. Es hat also fünf Level das Gebäude. Vier Aufgaben gilt es zu erfüllen. Was sind denn diese Aufgaben? Wir müssen drei Gebäude im Heimatdorf weiterentwickeln. Dann müssen wir noch eine beliebige Truppe auf Level 18 bringen, eine beliebige Verteidigungsanlage auf Level 9 und die Summe der Heldenlevel muss 45 betragen. Das ist noch ganz wichtig, es ist ja egal, wie sich das jetzt aufteilt. Ihr könnt also auch die Kampfmaschine maximieren, wenn ihr den Kampfschrauber bekommt aus dem Shop, ist der sowieso schon auf Level 15. Das bedeutet dann zum Beispiel Kampfschrauber Level 15, Kampfmaschine Level 30, macht dann ja auch das Level insgesamt von 45, was wir brauchen, um Bob freizuschalten. Ja, das sind die drei Gebäude, die wir weiterentwickeln müssen. Die Kanone, der Bogenturm und der Minenwerfer. Und für den Minenwerfer brauchen wir halt Rathaus 10. Das ist halt die Sache. Wir brauchen Rathaus 10. Zwei Tage dauert die Weiterentwicklung von der Kanone, dann wird daraus die Doppelkanone. Könnt ihr ja mit dem Schalter dann immer umstellen, zwischen Einfach- und Doppelkanone. Wir brauchen dafür auf jeden Fall den Meisterbauarbeiter. Das gilt es auf jeden Fall noch zu erwähnen. Das bedeutet die Zeit, die der Meisterbauarbeiter dann hier in dem Dorf ist, in dem Heimatdorf, um das weiterzuentwickeln. Die Zeit habt ihr dann den Meisterbauarbeiter nicht im Nachtdorf verfügbar. Allerdings habt ihr Otto, den kleinen Roboterbauarbeiter, schon ab Meisterte 6 im Nachtdorf. Das bedeutet, ihr habt dann so oder so einen Arbeiter drüben verfügbar. Für den Bogenturm brauchen wir natürlich auch den Meisterbauarbeiter. Dann sind es allerdings schon sieben Tage, die das dauert. Aber ich habe es ja gesagt, der Roboterbauarbeiter, also Otto, ist auf jeden Fall im Nachtdorf noch da. Ja, das dauert jetzt ziemlich lang auf jeden Fall. Auch hier brauchen wir den Meisterbauarbeiter. Aber das sind auf jeden Fall die drei Gebäude, die ihr weiterentwickeln müsst, um Bob zu bekommen. Die Aufgaben wurden ja generell etwas verallgemeinert. Allerdings hier ist es jetzt immer noch so, die drei Gebäude müssen wir weiterentwickeln. Und so sieht das dann aus. Und mit diesem Hebel könnt ihr ja dann jeweils umstellen. Das ist ja Sinn der Sache bei einem weiterentwickelten Gebäude, dass ihr dann immer entscheiden könnt, welche Funktion es dann hat. Also zum Beispiel Doppelkanone, Einfachkanone, Bogenturm hoch, runter oder halt beim Minenwerfer Salven oder halt normaler Abschuss. Und dann haben wir auch schon die erste Aufgabe erfüllt. Das sieht man dann, das Gebäude kann verbessert werden. Also ist dann Bobs Zentrale ein Level höher. Dann habe ich mich dazu entschieden, den Barbaren hochzumachen auf Level 18. Das ist ja eine weitere Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Das bedeutet, eine beliebige Truppe auf Level 18 zu bringen. In dem Fall bei mir der Barbar. Bedeutet, wir haben dann ein weiteres Level freigeschaltet von Bobs Zentrale. Dann gilt es noch eine beliebige Verteidigungsanlage hochzumachen. Also generell nochmal, egal jetzt welche Truppe ihr nehmt, das müsst ihr für euch entscheiden. Nehmt am besten eine, mit der ihr oft angreift, um die dann auf Level 18 zu bringen. Bei der Verteidigung ist es im Endeffekt egal, ob ihr jetzt Bogenturm nehmt. Ihr könnt auch eine Kanone nehmen. Das haben sie ja wirklich ganz gut geändert, dass es dann egal ist, welche ihr dann nehmt. Ich habe jetzt hier den Bogenturm genommen. Und wenn wir den auf Level 9 machen, dann schalten wir wiederum ein weiteres Level frei von Bobs Zentrale. Tja, und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, es fehlt nur noch eine Sache. Nämlich, ja genau, Gesamtlevel der Helden. In der Bauarbeiterbasis muss 45 betragen. Das bedeutet, es fehlt nur Nachtdorf, es fehlt natürlich dann nicht das Heimatdorf. Bedeutet, Kampfschrauber und Kampfmaschine müssen zusammen ein Gesamtlevel von 45 haben. Ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschieden, hier bei mir in diesem Account 25 und 20 zu nehmen. Das bedeutet, die Kampfmaschine ist auf Level 25 und der Kampfschrauber ist auf Level 20. Macht insgesamt 45. Wir haben die Aufgabe also erfüllt. Können jetzt Bobs Zentrale auf das maximale Level 5 bringen. Und was passiert dann? Tja, dann schalten wir natürlich Bob frei für das Heimatdorf. Ja, der ist natürlich jetzt auch gar nicht im Nachtdorf. Der wird natürlich auch niemals mehr im Nachtdorf sein, unser Bob. Denn, wenn wir dann rüber gehen, haben wir ein nicht platziertes Gebäude. Und ja, das ist sozusagen die Bauhütte von unserem kleinen Fratz von Bob, der jetzt natürlich dauerhaft hier in Bobs Hütte wohnt, in unserem Heimatdorf. Und dann natürlich da uns jetzt als weiterer Bauarbeiter zur Verfügung steht. Wir sehen das ja jetzt. Und ich habe das jetzt hier einfach mal so gemacht. Ich habe jetzt einfach mal noch zwei Gebäude hier in Auftrag gegeben. Das bedeutet, wir haben einmal den normalen Arbeiter und wir haben natürlich dann Bob, der sich darum kümmert, dass hier alles ausgebaut wird. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ziemlich cool auf jeden Fall. So sieht das dann aus, wenn es maxed ist. Also wir haben dann die normalen Bauhütten. In diesem Fall jetzt die Kampfbauhütten für Rathaus 15 auf maximalem Level. Fünf Stück an der Zahl. Plus halt dann den sechsten Bauarbeiter, Bob, in seiner Hütte. So zusammengefasst. Bob bleibt immer im Heimatdorf. Der Meisterbauarbeiter geht nur rüber, wenn die Gebäude weiterentwickelt werden müssen. Was ja bei mir jetzt sowieso schon passiert ist. Das bedeutet, der bleibt dann jetzt auch im Nachtdorf. Und Otto bleibt sowieso im Nachtdorf. Bedeutet, wir haben eine ganz klare Aufteilung. Und ich habe es ja gesagt, ihr müsst Meisterte 9 sein und ihr müsst Rathaus 10 sein. Es lohnt sich dann also, wenn ihr es wirklich darauf anlegt, auf jeden Fall lohnt es sich dann zu rushen. Ansonsten habt ihr jetzt gesehen, das sind die Voraussetzungen. So erfüllt man sie. Es ist trotzdem noch langwierig. Vor allem mit den Heldenleveln. Lasst euch da mal nicht täuschen. Auch wenn Level 15 schon direkt da ist beim Kampfschrauber. Trotzdem, es dauert. Nur da fehlen immer noch einige Level bis Level 45. Also da macht euch mal nichts vor. Das dauert noch. Es geht nicht ganz so schnell. Aber sie haben es ja zumindest schon mal etwas vereinfacht. Und ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonnier den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Creator Code MBF nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020